Toll so eine erleuchtete Stadt. Kostet natürlich eine Menge Energie. Aber was, wenn so eine Stadt wie London mehr Energie erzeugen würde, als sie verbraucht? Das geht durch sogenannte Intelligent Grids. Das sind von künstlicher Intelligenz gesteuerte Computernetze, die Energie verwalten. Wenn irgendwo in der Stadt ein Quantenergie zu viel erzeugt wird und irgendwo anders in der Stadt ein Quant zu wenig Energie ist, dann gleichen die Intelligent Grids das aus. Und auf diese Weise zusammen mit Windkraft und Solarkraft könnte eine Großstadt wie London mehr Energie erzeugen, als sie verbraucht. Das ist doch toll, was? Und es gibt auch viel mehr.